Mom, Dad, wisst ihr was? Mein Teddybär lebt! Wirklich? Na, das ist ja vielleicht aufregend. Nein, Mom, er lebt wirklich, siehst du? Fröhliche Weihnachten miteinander! Lasst uns alle beste Freunde sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm sofort hierher! Aber Dad... Komm her sofort! Dein Vater, komm her! Helen, hol mein Gewehr! Dad, nein! Ist das ein Kuschelgewehr? Helen, hol mein Gewehr und ruf die Polizei! Tut mir sehr leid, Meister Bellet. Ich wollte niemanden erschrecken. Ich wollte nur, dass John und ich Freunde sind. Ja, Dad! Ich hab mir gestern Abend gewünscht, dass Teddy lebt! Und jetzt ist mein Wunsch wahr geworden! Das ist ein Wunder! Ein Weihnachtswunder! Du bist wie das kleine Jesuskind!